In diesem Video geht es um die besten Nachtsichtgeräte. Der Qualitätssieger in unserem Nachtsichtgerät-Test geht an das Steiner Nighthunter Nachtsichtgerät. Im neuen Nighthunter 8x56 verschmilzt jahrzehntelange Erfahrung aus der Jagdpraxis mit höchster optischer Leistung und kompromissloser Innovationsbereitschaft. Während andere Jäger noch rätseln, ist ein sicheres Ansprechen des Wildes gerade bei schwierigsten Lichtverhältnissen für sie längst möglich. Erleben Sie die nächste Evolutionsstufe des legendären Nachtglases aus dem Hause Steiner Optik. Wer sich die ultimativen Vorteile bei der Dämmerungs- und Nachtjagd sichern will, kommt am neuen Nighthunter 8x56 nicht vorbei. Je länger der Ansitz andauert, desto höher sind die Erfolgschancen. Sitzen Sie bis in die Nacht für ein weiteres Weidmannsheil. Steiners fortschrittlichste Technologie durchbricht die Finsternis mit unglaublich hellen Bildern. Nutzen Sie die Gelegenheiten, die andere Jäger verpassen. XL Seefeld lässt den Überblick behalten und erlaubt bequemes Beobachten. Das einzige Poro-Nachtglas dieser Güte mit dem Vorteil der unendlichen Schärfe von 20 bis unendlich. Durch langlebiges Makrolon-Gehäuse aus Polycarbonat, das Schläge bis zu 11G aushält, schwimmende Prismenlagerung mit flexibem Silikon zur Schockabsorbierung, Druckwasserdichtigkeit bis 5 Meter, Stickstoffdruckfüllung gegen beschlagen, Temperaturbereich von minus 40 bis plus 80 Grad und schützende, hydrophobe. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Steiner Skyhawk 4.0. Wer sich die Natur detailliert vor Augen hält, erlebt die einzigartige Faszination. Und genau dafür wurde das Skyhawk 4.0 entwickelt. Um die Natur jederzeit klar und scharf zu beobachten. Ob im Garten, im Wald oder auf freier Flur, ob im Schnee oder am Meer, ob mittags oder in der Dämmerung. Die herausragende High-Kontrast-Optik liefert dabei gestochen scharfe Bilder und bildet jede Facette der Natur detailgetreu ab. Mit dem Skyhawk 4.0 ist es dank des innovativen Distance-Kontrollsystems mit seinem 360-Grad-Fokussierrad nur eine kleine Handbewegung von der brillanten Beobachtung eines Vogelfluges hoch oben in den Wolken bis zur konturenscharfen Großansicht eines Käfers im Gras. Steiner hat die berühmten kleinen großen Details optimiert und durch das neue Design hinsichtlich der Ergonomie und der Handhabung wieder einen neuen Maßstab gesetzt. Dadurch werden selbst Langzeitbeobachtungen zum komfortablen Erlebnis und die neue Gurt-Anbindung bietet eine universelle Befestigungsoption für jeden Anwendungsbedarf. Das umfangreiche Zubehör rundet das Skyhawk-Paket ab und bietet neben einer hochwertig gefertigten Tasche, Regenschutzdeckel und den Objektivschutzkappen einen weich gepolsterten Neopren-Tragegurt für ermüdungsfreies Tragen, auch bei langen Wanderungen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Nachtsichtgeräte-Test ist das Bresser Nachtsichtgerät. Das Bresser Nautic 7x50 zeichnet sich durch die wasserabweisende, robuste Gummiarmierung und den Stickstoff gefüllten Fernglastubus aus und empfiehlt sich somit für den maritimen Einsatz an Bord. Die Stickstofffüllung erzeugt im Nautic Fernglas einen Innendruck und verhindert so das Eindringen von Wasser- oder Luftfeuchtigkeit. Die vollvergütete Optik ermöglicht auch bei schlechten Wetterverhältnissen noch eine scharfe und kontrastreiche Abbildungsqualität. Die Einzel-Oculareinstellung ist auf eine größere Tiefenschärfe ausgerichtet, so dass Sie die Schärfe nur bei großen Entfernungsunterschieden nachstellen müssen. Bei Dunkelheit und schlechten Lichtverhältnissen können Sie die Kompassbeleuchtung einschalten. Mit der Entfernungsberechnung lassen sich Entfernung und Größe von Objekten messen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.